So, was haben wir uns jetzt eigentlich bei? Okay, wir haben zwei Spinos dabei, wir haben vier T-Rexe, wir haben fünf Vögel, dann haben wir einen Säbelzahntiger, vier Raptoren, fünf Raptoren, zwei Karnos, wo sind die jetzt hier? Da ist einer und wo ist der andere Karno? Vielleicht ist der irgendwo verschütt gegangen. Also hier ist auf jeden Fall ein Karno. Dann haben wir noch Skorpione. Und das wäre dann fast so ein Overkill von der... Und dahinten kommt Stego, jawohl, da haben wir sie doch. Ein paar haben wir auf dem Weg verloren, aber ist egal. Läuft. Kommt, hör auf rein. Äh, sag, jetzt sind wir fertig. Ich bin bereit. Für was dem auch immer kommt. Äh, warte mal, warte mal, wo ist... Ah, okay. Hey. Ich muss auf mein klarreiches Schlagdross steigen. Bloß nicht pfeifen, nicht pfeifen, sonst kommen alle zu dir. Das wäre, glaube ich, gar nicht gut. Naja, im Pfeifen reagieren sie ja nicht aufs Pfeifen, oder? Oder würde das gehen? Ja und nein. Ja, toll, du wieder von oben. Ja, ist klar. Mach mal ein Screenshot. Mach mal, jawohl. Ok Alle sind auf aggressiv gestellt Oh, warte mal, es gibt einen aggressiven Pfeifen Freunde, das ist jetzt völlig egal Sind alle bereit? Ja Beschwörst du mal Oh, je, guck an Grüner Strahl runter, Leute Ne, das ist die Spinne und Feuer frei Warum vor mir? Warum vor mir? Warum denn von mir? Ich kann gar nicht, hier deine Vögel sind im Weg Attacke, ich häng fest Ich häng fest Ich häng fest Oh, was ist denn los? Oh nein Irgendwas stimmt hier nicht Wie oft töten wir die denn noch? Nein, das sind die kleinen Spinnen, die die beschwören Öffne das Feuer Öffne das Feuer Oh, das sieht doch auch aus Ich hab keine Gelegenheit gefunden, bisher zu schießen Das ist einfach so viel im Weg Oh shit, ich bin die Klippe runtergefallen Ich bin die Klippe runtergefallen, die gute Nachricht ist, dass ein Raptors sind mir runtergefallen, der hilft mir wieder hochzukommen Äh, ich seh hier gar nichts mehr Oh auf der Seite Ich bin die Klippe runtergefallen, die die Klippe runtergefallen werden kann Normal Dodos oder Zombie Dodos? Zombie Dodos, Wild Zombie Dodos Okay, ein bisschen Dirty. Ich wollte dich sehen. Ja, das ist alles. Ein bisschen Blödy. Wie Todes. Kannst du einen von ihnen töten? Bevor ich das mit den Rex mache. Ich habe einen von ihnen töten? Ich habe einen von ihnen töten. Okay. Ich habe einen von ihnen töten. Das ist hart, wow. Okay, kannst du die Tür öffnen, die ich mit den Rex habe? Die andere Tür? Die Behemoth-Gage? Ja, bitte. Die Bench. Warte. Warte. Lange. Warte. 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 Ich bin über die Harte mit der Sedmina. Warte. 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 Du bist unter mein Brr, aber nicht mehr. Ja, eine ist unten. Ja? 116, wow. Alright, dann kann ich es nicht mehr in den Luft. Okay, nächste unten. 3 von ihnen. Kann ich das hier? Hey, es ist mein Grafstone. Noooo! Ich habe es, ich habe es. Ist das Rotten Meat? Ja, normal, normal Meat. Okay, das ist alles. Das ist alles für die Zombie Dodos. Nichts special. Das sind die Dodo-Rex. Ja, das ist es. Level 1, Dodo-Rex. Okay, es ist ein bisschen größer. Das ist so fucking cute. Und es sieht super cool. Ja, das ist so großartig. Und es fühlt sich ein Feuer. Wir sehen uns. Also wenn ich mein Atlet. Dann wird es sehen. Aber es ist großartig, dass wir ihn nicht in den letzten 5 Tagen finden können. Es ist so groß. Es ist größer als ein Baum. Ja. Okay. Almost. Okay. Moment. Moment. So lange ist dein Rex angreifen will, ist das Volker. Ist das jetzt dein, dein Honeyball? Nein. Ach, das ist doch schon von hinten, aber ich mach den mal weg. Ja. Das ist so großartig. Versuch mal ob er das Metall angreift, ob er wirklich Schaden macht. Das stimmt. Okay. So now. Open the door. Um. No. Open that door. I don't know how. I would love it. I don't know how. The music starts and you can't load. So you just have to fly there. Oh. Fire. Spitting fire. He's attacking something. What the fuck? He's going through the metal. He's going through the metal. Yeah. He killed. He grabs your quattro. Okay. Door is open. Spitting fire. Badass. Here is the battle. Let's read a Raxxer. A T-Rax. Or a Quetzl. 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 Fucking hell. No Quetzl. Oh. I'm burning. I have the fire symbol. Bastards. Come here. There it goes. I don't want to miss this for the world. Oh damn. I don't drop a sleeping bag. Oh shit. He did not drop a sleeping bag. Oh. Half of energy. Oh shit. I'm nearly dead. Nearly dead. Uh. Uh. This is madness. Yeah. Yeah. Okay. I lose. I will lose. Yeah. That's it for me. Run. I'm dead. Hahaha. Oh man. Close the door. Dolo Rex number 2nd. Where is it? Oh my god. What? 443? A handball? What? You have a rep or a T-Rex? Ah. Yeah. No. Yeah. What the hell? Alright. Um. Administrator Rex. Oh. For the bad guys. Right. Let's check it out. Here are the stats. Alright. Let's see. Okay. Where's the bitch? This is right under me. Oh there. Oh my god. Oh my god. Fight. 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 Jerry. Jerry. I think I'll get him a little longer. Haha. I don't think anymore. Oh it looks nice. Oh shit. I'm jumping to death. What the fuck? Fire. Ah shit. I killed myself. You jumped down? Yeah. Why you do that? Spawn in west or south three? Yeah I've got a bed there but I don't know where south three. I don't want to spawn in west. Shit. Now I can't do anything. Um... No. That's crazy. That's crazy. That's awesome. Oh my god. Wie wenn du durch die Luft fließt, wenn du so ein Luftballon schießt. Wow. Are you killed? Yep. 3, 2, 1, GO! Wow, he's huge. He's huger als der T-Rex. So, I'm standing here now in the air. Oh, und die Tile muss weg. So, and now the Rex. I love that soundtrack, then. I really love it, too. Oh, no! Oh, he wants me! He's so cute! He wants me! Did I shoot at him? I don't think that's a good idea. Can he reach me? No. I hit him! Woo! This is the absolute awesome Rex now! So, get ready! I'll take my first bomb. Fire! Fire in the hole! Yeah, you're standing right in front of my face! Fire in the hole! It's a fire in the hole! Oh, sorry! I want to see the epic bed! And where are the... Dodo's? Zombie Dodo's? Yeah. Er hat Blutflecken, er hat Blutflecken, er braucht noch mehr von diesen Dekern. Hey, what the fuck, I nearly died, what the fuck. Oh my god. Hey, halt durch, das ist nichts. Das war so leid! Oh my god! Come on die, bitch! You need a second one! No, no. Nein! Blutet der immer noch? Nein, nicht mehr viel. Wir brauchen zwei von diesen dicken Rechten. Da ist sie kommin. Das ist noch nicht einmal einsatzweise der dicker aus Egoi. Den hab ich hier noch über. Steht denn da rum? Oh, ja, ja. 5, 5. Kann land on you. Oh, sorry. Ich schubf mich hier nicht runter. I'm at the dodo, I'm at the dodo. Can't see anything. Oh, there you go. I will help with... Halfway down? I will get two arrows. Making different... He's very bloody. Yeah. Yeah. Oh, and I got the mask. Yeah. Nice. Wow. Nearly died. Yeah, but now it's you, man. Yeah. Oh, shit. Just... Don't. Look at that. Look at it. It's... It's so huge. Yeah. So you can't miss this guy. Definitely, you can't miss... Oh, shit. You can't hit me. Down. What? You did this? Dude, dude, legs is coming in. That guy isn't in full health, huh? Come on, son of a bitch. Try it out. I don't know what level it is, but... You will see it if you die. Wow! Wow. Which level? Which level? I've got no idea. So, honey, would you want to go? Come on, mom. No, I'm already on. Okay. I actually just wanted to see if... Another one. Wow! Three bite... Three times bite before. I want more. I want more. I want more. Although it is at low health. Oh, shit! I can't take that. Do it! I don't. I can't take that. You just want a couple of them. Yeah. Yeah, I want your health! Come on, you son of a bitch. Yes! Come on! Do it! Do it! Do it! Do it! Do it! Do it! One left! One left, mate! Yeah! Nice, man! Yeah, but I've got... I've got no health left, so it has to be a little bit more health. Wow! Because I'm going to die. That were four fucking rexes! Four total rexes! This rex is awesome now! I wish I could take it home with me! So today you have...